Wissen Sie noch, an welchem Tag das war, dieser Luftkampf mit dem Tempest? Da haben Sie eine Maschine abgeschlossen. Das war am 14. April, 14. Und Kappen. Der Luftkampf mit der Tempest, die hatten einen Tiefangriff gemacht, auf dem Bad auf dem Ludwig Zwist. Und die kamen hoch und wir kamen geraden an. Also die hatten uns hinauf vor uns und waren noch praktisch im Plus. In der nächsten Runde saß ich schon hinter dir. So hat die gekurvt. Und dann in 50 Meter Höhe. So. Sagenhaft. Bringen wir mal vom Propeller. Ja, vom Dienstkörper ist ein Rest schon, der ist ja gleich in den Wald rein, weil man 50 Meter ist, dann ist er gleich in den Wald rein. Und der saß noch in seiner Maschine drinnen. Haben Sie gesehen? Haben wir gesehen, aber war tot. Und dann hat er auch gesehen, ich hatte ja einen Feuerstoßaufel abgegeben. Und da hat hier hinten das ganze Leitwerk bei uns zerschossen. Bei der Tempest? Ja. Tja. Was war das?